Van Riet ist eine holländische Firma, die gibt es schon seit 1948 und wir sind tätig in die Fördertechnik und den Sortieranlagen. Das machen wir weltweit. Das können wir als Systemintegrator machen. Das machen wir zum Beispiel in die Express Parcel Industry für Firmen wie DHL zum Beispiel. Wir liefern auch Komponenten. Komponenten, das bedeutet in unserem Fall die Sortieranlagen, die liefern wir an andere Systemintegratoren und der dritte Spalt, wo wir arbeiten, ist Maintenance und Wartung. Holland ist natürlich nicht so weit weg von Deutschland. Deutschland ist ein sehr großer Kunde von uns in die Intralogistik. Wir liefern in die Express Parcel Industry, wie ich schon erzählt habe, aber auch in die Tire oder die Reifenindustrie. Continental ist ein sehr großer Kunde von uns. Und zum Warehouse und Distribution haben wir schon Gesamtanlagen geliefert an Deichmann und Wirtmann. Wir möchten nicht in anderen Branchen tätig sein. Was wir sehen durch E-Commerce, dass die Anzahl von Anfragen bei uns größer wird. E-Commerce ist ein Markt, der wächst über der ganzen Welt. Nicht nur in Holland, nicht nur in Deutschland, aber über der ganzen Welt. Das bedeutet, dass Firmen Anlagen brauchen, Sortieranlagen. Und mit unserer Sortier- und Fördertechnik sind wir der perfekte Partner, um diesen Firmen zu helfen.